Hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, jetzt gab es längere Zeit nichts außer diese kurzen Vlogs und jetzt mal wieder was ordentlich... Nein! Jetzt habe ich verschissen, jetzt habe ich kein Kit ausgewählt. Obwohl ich ein cooles Kit auswählen wollte, aber... Barbar habe ich jetzt, ja... Nicht so schlimm. Auf jeden Fall, das hat jetzt Ewigkeiten gedauert, überhaupt mal in so eine Lobby zu kommen. Das ist ja unnormal, also ich muss mir hier echt Premium holen, weil das halte ich sonst nicht aus. Und ja, also wir spielen hier heute Endergames auf dem Dome HD-Server. Das ist mir ein bisschen zu laut hier, aber ist ja egal. Vier, drei, zwei, eins. Ja, und Eisen. Okay, ich habe gar nichts. Ja, das muss man erst mal können und haben fallen, sich auszurüsten, ja. Also das mal Hammer. So, wir gucken jetzt, dass wir jetzt da ganz, ganz, ganz schnell wegkommen, weil das ist sonst unnormal. Ja, also ich konnte meinen Bruder dazu bringen, dass er mich hier aufnehmen lässt. Und ja, er sitzt auch gerade neben mir, der spielt gerade der Impossible Game auf der Xbox. Und ja, so, wir haben jetzt, wieso fällig eigentlich, oh. So, ich kann die Steuerung nicht mehr, weil ich habe jetzt die ganze Zeit World of Warcraft gespielt und jetzt will ich mit B mein Inventar öffnen und so ein Zeug. Äh, kacke. Ich habe ja, warte. So. Okay. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass wir eine Kiste erwischen, weil sonst, oh man, scheiße. Weg von den anderen, auf jeden Fall. Weg, weg, weg. Aber wir hätten im Fall der Falle... Oh. Äh. Ruh. Ruh. Hier, hier, hier. Hier ist irgendwo eine Kiste. Ach, da vorne, da vorne, da vorne. So, perfekt. Und einen Wassereimer. Der ist immer... Der ist immer gut. Nein. Hey. Hey. Achso, bringt sich ja nichts. Bei mir ist ja schon alles verzaubert. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier... Alter, ich erschrecke mich so, weil ich mir denke, es ist jemand hinter mir. Hallo? Okay. Alter, ist ja voll... Ist ja voll krass, Alter. Ja. Wir haben drei Eisenbahnen. Nein. Ey. Hau ab. Ja. Wir können uns ein Dierschwert machen und das dann auch verzaubern. Geil, geil, geil. Ne, wir können uns... Huah. Alter, Junge, Junge, Junge. Die wollen mich hier verarschen. Und jetzt schnell. Und... So. Perfekt. Jetzt haben wir ein Dierschwert. Ist ziemlich geil, dass hier jetzt gerade eine Werkmank war. Ich gehe das jetzt mal so schnell wie möglich verzaubern. Lauf! Lauf! Ah, ist leck'n bisschen. So. Hey. What? What the fuck war das? Ey! Was ist das, Mann? Ach so. Du hast das Ende der Arena erreicht. Uh. Ich habe jetzt nicht in den Chat geguckt, dich Idiot. So. Ich brauche hier. Oh, geil. Fleisch. Mmh. Geil. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir werden sicherlich gleich wieder vertauschen. Und ich finde hier jetzt gerade nichts. Hey! Ich habe was gehört. Hallo? Okay, hier ist keiner. Lauft! Ah, hier ist einer. Hier ist einer. Den boxen wir kaputt. Habe ich mich jetzt nur getäuscht oder war hier einer? Boah. Also Leute, das ist nichts für schwache Nerven. Hey, da oben sind Kisten. Das ist ja wieder mal perfekt. Anrüsten wir uns hier gleich wieder per- Ja, einen Bogen um Pfeile. Perfekt. Besser geht's auch gar nicht mehr. So. Einen Bogen um Pfeile und jetzt hier TNT. Alter Schwede, wir sind gut ausgerüstet. Guck dir mal die Pfeile an, Junge. Junge, Junge, Junge. Oh. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ist keiner? Einen Enchantmentable. Das wäre jetzt geil. Oh, die machen Team, die machen Team. Die machen Team. Ich gehe dann jetzt mal weg hier. Boah. Die denken, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe sie gesehen. Okay, aber die haben anscheinend mich nicht gesehen. Ja, dumm. Dumm, wenn die mich nicht... Ja, Diamanten und Enchantment... Blablabla. Nein, da vorne, der hat schon so die gute Ausrüstung. Ah, ich muss hier weg. Nein! Willst du mich verarschen? Okay, nee. Wir machen das jetzt so. Ganz gechillt bleiben. Und... Oh, da vorne ist ein Jumpmentable. Hallo? Huhu. Huhu. Ich bin's, die Galinda. Die geile Galinde. So. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Nachdenken. Timmy denkt nach... Äh... Okay, da vorne ist einer. Den holen wir uns und... Pasch. Nee, ich mache kein Team. Team, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ich muss da nur an mein eigenes Leib denken. So, und... So, und... Ähm, Endergames. Oder? Ja, das Kit Jäger habe ich mir ausgesucht, weil man da einen Wand... Ähm, äh, oder Bogenschütze, glaube ich. Nee, das war, glaube ich, Bogenschütze. Äh, äh, ja, ich glaube, Bogenschütze. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Steht das hier irgendwo? Moment. Nee, steht nicht da. Also, vielleicht steht das da. Auf jeden Fall, ähm, bin ich irgendwas mit Bogen. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Klasse... Mumu Kronter, okay. Ähm, dass die Klasse einen One-Shot, ähm, geben kann, wenn die Person keinen Helm trägt. So, okay, nur Eisenbahn, Alter, wie schlecht, Alter. Mann, 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 Mann. Ich hab, ich hab gar nichts erwischt, gar nichts. Mann. Okay, wenigstens jetzt so viel Holz holen, dass sich's ausgeht für, naja, einen Stock und einen Stein und, ja. So, Tritts wie ins. So, wir haben genug. Wieso hab ich hier, wieso hab ich hier kein Skin? Hä? Ist mein Skin irgendwie weg? Okay, ne Werkbank hab ich jetzt auch. Ich könnte mir jetzt schon ein Holzschwert machen, aber ich baue Steine ab. Ist mir jetzt furzegal. Ich hoffe, das geht. Ich weiß es nämlich nicht. Geht das? Oh, cool, das geht sogar. Ja, nice. Eins, zwei, drei. So. Dann hab ich jetzt... Nein! In 15 Sekunden... Ne. Ich schaff das nicht mehr. So. Und jetzt noch. So. Und so. Und... So. Äh. So. Und jetzt bauen wir die hier ab. Nein, ich bin jetzt verwundbar. Kst. Geh weg. Okay, ne. Hier war eh keiner. Ey. Geh weg. Geh weg von mir. Ich hab hier noch gar nichts getan. Ey. Da vorne ist ne Kiste. Die möchte ich jetzt gerne haben. Aber... Wehe du es. Ey. Hier, ich... Mann, ich hör immer irgendwas, das irgendwie hinter mir wäre teleportiert wird. Aber... Ich glaub, das ist nur ne optische Deutschschung. Ey. What? Ich wurde jetzt wieder vertauscht mit jemandem. Der... Der wollte hier wahrscheinlich... Oh Mann. Jetzt hab ich wieder kein Level. Das wär jetzt schon geil. So ein Level. Deswegen. Ess ich jetzt sowas. Hey. Pst. Geh weg. Mann. Schneller. Also, das Spiel hier ist nichts für schwache Nerven. So macht er es nicht, wenn ihr... Leicht herzend... Ah, da drüben. Ich glaub, ich komm da nicht hin, oder? Äh... Ne. Ne, ne, ne. Da komm ich nicht hin. Da komm ich... Oh. Ne. Truhe. Die ist neu gespawnt. Ja. Oh ja. Geil. Diamanten. Und genau die hab ich mir nicht genommen. So, du Schwein. Du musst jetzt dran glauben. Okay, da hinten ist einer. Ich hab aber null Ausrüstung, Mann. Wieso nicht? Ah. Ne, Helm. Weil wenn hier jemand Bogenschütze ist, dann bin ich ja selber dann am Arsch. Deswegen. Hey. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay. Uh. 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 Nice. Ich hab's jetzt zum Glück noch geschafft zu entkommen. Ich hoffe, ich werde jetzt teleportiert. Bitte, bitte, bitte. Sonst bin ich am Arsch. Haha. Ich hab dich, ich hab dich gediezt. Nein. Uuuh. Uuuh. Du warst von Schnitzeln getötet. Uuuh. Ja. Ich bin leider tot. Ist aber auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall. Leute. Oh. Ja. Ja. Ähm. Erstens verstehe ich jetzt nicht, warum ich hier keinen Skin hab. Vielleicht ist das so, weil ich hier kein Premium bin. Ne. Die anderen haben ja da auch keinen Skin. Aber auf jeden Fall. Ich find dieses Spiel wirklich sehr, sehr cool. Ich werd das jetzt demnächst öfter spielen. Ähm. Es waren jetzt zwei nicht so gute Runden. Aber. Sie. Ich kann sie hochladen, oder? Waren ja schließlich meine ersten zwei Runden. Ja. Ähm. Und. Joa. Ich werd jetzt noch ne Survival Games Runde, oder Dragon Escape, oder sowas aufnehmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dass ich jetzt gestorben bin, ja, ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen, aber ähm. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr diese Audioqualität hier findet. Weil in dieser Woche wird's nur diese Audioqualität geben. Und, ähm, da würd ich mich schon sehr freuen, wie ihr die so findet. Von der Bild und, ähm, so Qualität. Weiß ich noch gar nicht, wie ich das jetzt gut rendern soll. Wahrscheinlich in 1080p. Dauert zwar dann ein bisschen zum Hochladen, aber ist dann schon okay. Ja, auf jeden Fall, ich labbi, ähm, nicht mehr die ganze Scheiße hier. Und, auf jeden Fall, bis dann, macht's gut. Ciao. Psch, 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 psch.